Hallo, ich bin Marisa und ich bin hier bei der Headquarters Pascuali Filatti Naturali mit Paul Pascuali, der Founder der Firma. Hallo, ich bin Paul Pascuali, ich bin der Gründer von Pascuali Filatti Naturali. Sie ist Marisa und sie arbeitet bei uns im Bereich internationalen Verkauf und heute werden wir euch auf Englisch und Deutsch die Cashmere Garnen vorstellen. Ja, so we're going to show you our Cashmere Yarns in both languages, German and English. Dann fangen wir mal an mit den Cashmere Qualitäten. Willst du vielleicht schon ein bisschen erklären? Ja, so we have three Qualities of Cashmere. The Cashmere Lace, Cashmere 628 and Cashmere Worsted which come all in balls of 25 grams. The Cashmere Lace has a length of 170 meters, that's 185 yards. Cashmere 628, 112 meters, 122 yards. And the worsted is 56 meters, 61 yards. We have three different strengths. The Cashmere Lace, 156 meters. We have the Cashmere 26 with 112 meters on 25 grams. And the Cashmere Worsted with 56 meters on 25 grams. Why is our Cashmere so special? Cashmere is super special because it is probably only one in the market that is organically certified by the Mongolian Chamber of Commerce. So that makes it really special. It is very high quality. Yeah, so. What you just said is that our Cashmere, and probably the only one in the handkerchief area, that is bio-certified. What is so special about bio-certified Cashmere? Well, what makes it special about being organic is that we are paying attention to how the animals are treated. You know, how the fiber is taken. How the herdsmen, this is a product that the goats are running free. And a lot of the problems in Mongolia is that the pastures are disappearing because of the goats, of how they tread on the ground. Yeah. And so this is a program that the Mongolian Chamber of Commerce supports so that herdsmen learn how to keep their herds in pastures and recrop the fields, right? Mm-hmm. And maybe you want to tell that in German. So. So, why the bio, or why the bio, or why the Bio... So, why the bio... Why the bio, the bio Kashmir, the bio... So, like I said, our one is from the Mongolian government certifiziert. And the problem with Kashmir is that the Ziegen the ground is broken. And in Mongolia is a big problem with the spread of the Wüste. und durch diese Zertifizierungen nicht nur werden zertifiziert, dass die Tiere gut behandelt werden, dass die Nomaden auch deren Kultur beibehalten dürfen, sondern auch, dass die Regierung bringt die Nomaden bei, wie man diese Boden am besten zu pflegen sind, sodass die Wüste nicht weiter ausbreitet. Das ist eine sehr wichtige Sache, das zum Thema Ökologie, das andere ist, dass das Garn einfach super weich ist. Ja, das ist die andere Sache. Es ist nicht nur die Umgebung und hilft, dass die Zertifizierungen nicht wachsen, sondern auch das Fakt, dass das Garn super, super soft ist. Ja, ich habe hier einige Sachen vorbereitet. Wir haben hier diese Pullover, die Ebru. Das ist aus der Pascoli Collectione Buch 3. Ja, also aus Casemir Lace. Es ist leicht, es ist weich, das Garn bildet nicht. Also das ist tatsächlich eine super Qualität. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir arbeiten mit einer italienischen Spinnerei, die sehr professionell arbeitet und zuverlässig. Ja, so das ist Ebru und ihr könnt es finden in der Collectione Buch 3. Und wie ihr seht, es ist super soft, es ist nicht pflegen, es ist sehr leicht. Ja, in der Collectione Buch 3. Das kam gerade jetzt, im Januar. Ja, vor zwei Monaten kam das hier raus. Im Januar. Ja, dann würde ich sagen, das waren die hundertprozentige, die hundertprozentige Casemir Qualitäten. Da haben wir ja auch einen Luxusstock und das ist die Atlantis. Atlantis ist, es ist ein Blend. Es ist ein Garn mit so 70% Casemir mit 30% Maul per Seite. Es ist ein super schöner Glanz, was ich mir dann sehen kann. Ja, ja, das ist ein absolut schönes Glanz. Also, diese waren unsere drei 100% Casemir-Yarns. Und diese ist eine Blende von Mulberry-Silk, das ist 30% Mulberry-Silk und 70% Casemir. Es ist absolut wunderbar. Ja, das ist sehr schön. Ja, das stimmt. Du hast das mal gestrickt, wie Yelda, ne? Ja, Yelda. Ja. Und es ist einfach schön. Wie hast du gestrickt? Ich habe es mit Brioche, das heißt. Ja, aber wie war das Gefühl? Es ist einfach wie Butter. Du kannst einfach sitzen und knallen. Es ist absolut schön. Und ich muss sagen, ich habe nicht mit dünnen Knälen, weil du mit zwei und ein halb. Also, ich habe es mit vier und ein halb. Aber das ist absolut schön. Ja, sie schrickt mit dünnere Nadel nicht. Also eher mit dicker Nadel. Aber das hat sie geschafft. Und ja, sie gleitete... Wie Butter. Wie Butter, genau. Ja. Das ist auch ebenfalls von der Kollektion Buch 2, oder? Ja, das ist von der Kollektion Buch 2. Genau. Wie Buch 2. Das ist die Winter Kollektion. Oh ja. Und dann haben wir natürlich auch Sole. Oh ja. Ja. Das ist ein sehr schönes Yarn. Wenn du etwas mit etwas Cashmere haben willst, denn das ist 90% Kotton und 10% Cashmere. Und es ist einfach wunderbar. Ja. Ja. Da sind 90% Pima Baumwolle und 10% Cashmere. 10% Cashmere. Man denkt, ach, was macht das? Warum 10% Cashmere? Das macht so einen Unterschied. Das Garn ist weich. Ja. Es fühlt sich nicht wie 100% Cashmere. Wie 100% Baumwolle. Die 10% macht das Garn ganz besonders. Wir haben das Garn eigentlich früher. Die neue Farbpalette ist schon seit letztes Jahr da. Aber auch vorher. Wir haben eigentlich das Garn für Babywekleidung in Sortiment gebracht. Ja. So, wir haben es. Es ist ein Garn, das wir begonnen haben, für Baby- und Kinder- Accessoires. Aber auch für Adults. Es ist, Leute denken, dass 10% Cashmere, welche Unterschiede macht es? Es ist eine große Unterschiede. Denn es macht es absolut soft. Es wärmt. Es wärmt. Und die gute Sache über dieses Garn, ich liebe es als Mutter, ist, dass man es in der Washing-Mission kann. Ja. Man kann es in der Waffenschehe waschen. Als Mutter. Aber als Vater. Es ist auch ein Vorteil. Ja, tatsächlich. Ja, es ist wirklich. Ja, es ist wirklich. Sehr soft. Sehr schön für jedes Mal im Jahr. Sehr schön zu knicken. Ja. Man kann es in der Waffenschehe waschen. Als Mutter. Es ist auch ein Vorteil. Wie dieser, den Sie hier sehen, in unserem speziellen Buch. Ne? Kolektioni Kids 1. Ja. Es sind fast nur Anleitungen aus dem ganzen Sohle. Dann haben wir auch was aus Cashmere dabei. Cashmere Worsted. Und auch aus Cashmere 26. Ja. Sie sind sehr schön. Ja. Das ist jetzt nicht nur für Babybekleidung. Selbstverständlich. Wir haben auch viele Oberteile damit gestrickt. Das Garn ist super. Ja, für Babys einfach nur ein Beispiel. Eigentlich haben wir mehrere Modelle gemacht. Es ist ein super Garn mit 140 Metern. Also 50 Gramm. Ja. Das ist eine tolle Entwicklung. Ja. Und wie immer. Gute Garn brauchen gute Pflege. So. Wir haben diese Biowaschmittel. Die sind auch für die Waschmaschine geeignet. Ja. Und auch für Babys. Das ist ideal. Es ist ohne Duftstoffe. Falls das Baby auch irgendwelche Allergien hat. Ja. Das ist zu empfehlen. In der Waschmaschine kann man das für 17 Waschgänge verwenden. Für Handwäsche 50. Ein tolles Produkt. Das macht das Teile aus Sohle noch weicher. Und ja. Da wird ihr bestimmt das lieben. So wie wir auch. So we have our detergent. Our Wool & Cashmere detergent. Which is absolutely fragrance free. Biodegradable. Gentle. On any kind of fiber. Especially when you're washing things for children. You want to be careful. Have a good product. You can use this amount in the bottle. For 17 washes in the washing machine. 50 washes hand wash. Und du wirst auch immer damit. Ja. I am using it. I love that it doesn't have a perfume. And it's just you know. Genau. Sie mag nicht. Sie mag, dass das kein Perfum hat. Kein Tift. It's very nice. Hab ich oft gehört. Ja. Das waren unsere Cashmere Produkte. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Wir melden uns gerne bei euch. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch unseren Kanal abonniert. So dass ihr auch nicht weitere Videos verpasst. Ja. Thank you for watching. This was it for our Cashmere products. We hope you liked the video. We are looking forward to your comments, which you can send us of course. Sign up to our channel and watch out for our next video. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Bye. 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 Bye.